Das Thema Sonnenschutz ist ja immer wieder etwas, was uns in anspruchsvollen Projekten beschäftigt. Wir stehen jetzt hier vor einer Jalousie in einem unserer Projekte und ich zeige einfach mal kurz, was beim Thema Sonnenschutz zu beachten ist. Wir sehen jetzt hier, es ist Frühling und die Sonne steht relativ hoch. Das ist die Südseite hier bei uns gegenüber und wir sehen, dass jetzt die Jalousien hier so eingestellt sind, dass die Sonne, die relativ steil hier drauf fällt, so auf die Jalousie trifft, dass kein Sonnenlicht in den Raum fällt. Ziel ist es ja, dass man trotz Beschattung möglichst viel Ausblick hat. Im Sommer steht die Sonne auch auf der Südseite meistens sowieso so hoch, dass man die Jalousien gar nicht komplett schließen muss. Es soll ja möglichst viel Tageslicht hineinfallen, aber die Sonnenenergie, die soll draußen bleiben. Die Wetterstation weiß also zu jedem Tag im Jahr, wo die Sonne gerade steht und wie hoch sie steht und weiß auch, wie die jeweilige Fassade von dem Haus ausgerichtet ist, sodass über das automatische Beschattungsprogramm die Lamellen auf der jeweiligen Fassade immer genau so eingestellt werden, dass das Sonnenlicht an den Jalousien hängen bleibt und nicht in den Raum fällt und man maximalen Ausblick hat. Ich gehe jetzt mal hier eine Fassade weiter. Das ist jetzt hier die Südseite. Hier auf der Westseite kommt jetzt die Sonne gerade rum. Man sieht jetzt hier, dass die Jalousien zwar nach unten gefahren sind, aber die Sonne noch nicht auf diese Fassade trifft. Das heißt, wir können die Lamellen auf 50% stehen lassen, sodass wir maximalen Ausblick haben und müssen jetzt hier noch nicht beschatten. Jetzt wird es noch ein paar Minuten dauern. Dann kommt die Sonne immer weiter, immer, immer weiter hier rum und wird auch diese Fassade erreichen. Die Wetterstation weiß also wieder, wo steht genau die Sonne im Verhältnis zur Fassade und wird dann die Lamellen genau so weit schließen, dass auch hier das Licht, was jetzt mit relativ spitzem Winkel, dieser Winkel wird über die Frontalstrahlung ausgerechnet. Also die Wetterstation weiß also, in welchem Winkel das Sonnenlicht hier auf diese Lamellen fallen wird und stellt die Jalousien dann genau in dem Winkel ein, dass das Sonnenlicht hier auch wieder zwischen zwei Jalousien abgefangen wird. Also wie gesagt, Ziel bei den Beschattungssituationen ist immer, dass möglichst so beschattet wird, dass kein Sonnenlicht nach innen fällt, aber ein maximaler Ausblick möglich ist.